Liebe Studierende, willkommen zur sechsten Videoübung des Semesters zum Thema alternativer Energiespeicher. Mit dieser Aufgabe möchte man eine gewöhnliche Laptop-Batterie durch eine Art mechanischer Wärmekrammaschine, hier dargestellt durch eine Druckluftpatrone, ersetzen. Bei der Frage A möchte man wissen, wie viel Druck muss eine solche Patrone gleicher Dimensionierung einer Laptop-Batterie enthalten, um die gleiche Energie liefern zu können. Zuerst müssen wir uns überlegen, wie viel Leistung eine Laptop-Akku bringt. Mit der Angabe des Problems wissen wir, wie viel Strom, d.h. Ladungen in einer Stunde, der Akku bei der gegebenen Spannung generiert. Durch die Definition der elektrische Leistung, definiert als B gleich dem Produkt zwischen Spannung und Strom, erreichen wir die erzeugte, gelieferte Energie in einer Stunde als, nennen wir dies, nennen wir die Energie generiert bei der Akku W-Akku, ist dann gleich dem Produkt zwischen Leistung und Zeit, wobei hier als Zeit betrachten wir eine Stunde, das ist dann U mal I mal T und mit der numerischen Angabe der Aufgabe, dies ist gleich 85,5 Kilo Joule. Diese Menge Energie soll jetzt als mechanische Arbeit via eine Druckluftpatrone verrichtet werden. Aus der Vorlesung wissen wir, wie die Arbeit thermodynamisch sich berechnen lässt. Die mechanische Arbeit aus einem thermodynamischen Standpunkt aus entspricht dem Volumenintegral des Drucks. Dies lässt sich auch so schreiben, als Anzahl Mole mal allgemeine Gaskonstante mal Temperatur geteilt durch V als Volumen integriert nach dem Volumen. Und diese Integration ist sehr einfach. Was daraus kommt, ist µ mal R mal T mal Logarithmus des Verhältnisses zwischen End- und Anfangvolumen. Dies lässt sich auch so umformen, als P mal V mal mal Logarithmus von P0 geteilt durch P oder anders geschrieben, minus P mal V mal Logarithmus von P durch P0. Diese Formel ist von den Tatsachen geprägt und begründet, dass die Expansion nach Angabe der Aufgabe bei konstanter Temperatur T, d.h. isothermisch, stattfinden soll und wir hier davon ausgehen, dass man mit einem idealen Gas zu tun hat. Die Wärme, um die Expansion zu ermöglichen, kommt von Prozessen. Wir nehmen auch an, dass das maximale Volumen der Gaspatrone für die Gasexpansion 0,1 Liter beträgt. Und mit P0 definieren wir den atmosphärischen Druck von 1 Bar. Wir können dann als Energiebilanz Folgendes schreiben, wobei als Bemerkung, die mechanische Arbeit wird eben als Betrag, als positive Größe berücksichtigt. Das heißt, P mal V mal Logarithmus von P durch P0 eben als Betrag, dies ist gleich der Energie generierte bei der Akku des Laptops. Und wenn wir beide Seiten nach P0 mal V dividieren, folgt dann P durch P0 mal Logarithmus von P durch P0, das ist gleich W Aq gedeicht durch P0 mal V. Und mit den numerischen Angaben der Aufgaben, dies ist gleich 8.550. Mit dem Tipp wissen wir somit, dass P durch P0 gleich 1.205,18. Und daraus lässt sich dann den Druck P bestimmen. Schauen Sie bitte die Musterlösung für die genaue numerische Auswertung. Frage B. Hier wird gefragt, wie viel würde das Gas in der Patronen dann wiegen? Bei einem idealen Gas gilt mit dem idealen Gasgesetz, Anzahl Moll mal Mollmasse, wobei hier betrachtet man die Mollmasse der Luft. Dies ist aber auch gleich nach dem idealen Gasgesetz als P mal V, gedeiht durch die allgemeine Gaskonstante Molltemperatur, dazu noch die bekannte Mollmasse. Und daraus lässt sich dann die Stoffmenge der trockenen Luft bestimmen. Wir konnten somit mit dieser Aufgabe das Konzept der Arbeit und Leistung im mechanischen und elektrischen Sinn als äquivalente Größe betrachten und einfache Aussagen aus dem idealen Gasgesetz benutzen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.